Musik Das Personal ist sehr, sehr nett. Firma Ungo ist hinter jedem einzelnen Kunden, den sie haben. Hier bei Ungo ist sie haben wirklich eine sehr ausgepralkte Technik. Musik Eine unwahrscheinlich ambitionierte Aufklärungskampagne und ein super tolles Schulungskonzept. Musik Hallo, hier bin ich mal wieder, die Stefanie Kamal von der Firma Ungo ist Arzt. Ich grüße euch und zwar sind wir hier live auf der Messe in Frankfurt und eines der meistverkauftesten Produkte heute sind natürlich die Farbgel-Sets von Glöckler bei Ungo ist Arzt. Musik Musik So farbintensiv, man braucht sie eigentlich nur einmal dünn auftragen und dann decken sie schon. Musik Viele wissen es ja, ich war in Cannes bei den Filmfestspielen, ja. Und aus dieser Idee ist diese Cannes-Box entstanden, damit ihr das bei euch auf den Tisch stellen könnt. Wie immer haben wir natürlich auch einen Bereich, wo wir unsere Qualität demonstrieren. Weil behaupten, dass ein Gel bei jedem hält, das kann ja jeder. Also muss hier ein Nageltisch her. Musik So, jetzt kommen wir mal in den Bereich Kunst. Und zwar haben wir uns vorgenommen, in dem nächsten Jahr ein bisschen mehr Zeit unserem zweiten Namen zu widmen, nämlich Arzt. Musik Wir heißen ja Ungo ist Arzt und deswegen machen wir eine Nagelkunst-Ausstellung, gemeinsam mit dem Herrn Glöckler. Wir möchten das Handwerk des Nageldesigners zur Kunst adeln. Musik Jede Sache, die ich male oder die schönen Sachen, die Sie jetzt hier sehen, die sind alle mit den Glöckler-Farben gemalt. Super deckend, einzigartig und perfekt in der Qualität. Ich freue mich heute hier auf der Messe in Frankfurt zu sein mit diesem wunderschönen Stand. Ich werde natürlich dauernd angesprochen, wie kam es zur Kooperation mit Herrn Glöckler, was macht ihr da genau, sucht sich Farben raus, wir arbeiten die wieder nach. Also es ist ein richtiges partnerschaftliches Zusammenarbeiten und ergibt sehr viel Input. Viele möchten ja auch mal live sehen, was ich alles so zu bieten habe und nicht nur irgendwas erzählt bekommen. Und sie möchten es mit ihren eigenen Augen sehen. Und diese Möglichkeit, die gibt es, nämlich in meinen Neukunden-Workshops, wenn ich auf Power Pur-Tour bin oder auch bei uns in den Häusen stammt. Bei Ungo ist Arzt kann man halt aufbauen auf das Marketing, man kann aufbauen auf die Produkte, die Weiterbildung. Es gibt viele tolle Firmen, aber es hat immer eins gefehlt. Ich habe das gesucht, wo ich alle Produkte haben kann und gleichzeitig eine Firma hinter mir habe, wo der Service stimmt, wo auch die Ausbildung stimmt, dass man was gelernt kriegt, was halt woanders gefehlt hat. Und seitdem bin ich jetzt sieben Jahre bei der Firma und bleibe auch dabei. Also wie bekomme ich in drei Monaten dreimal so viele Kunden? Das ist Thema. Wir reißen das in dem Neukunden-Workshop kurz an. Und natürlich kommen auch viele dann anschließend in meine Marketingkurse und in meine Grund- und Aufbaukurse, um das Nageldesign richtig zu erlernen bis hin zur Handwerkskammerprüfung. Ich kann sie so viel mountainein mit ihnen verlieren.